So war es für uns auch kein Problem, die nächste Gruppe für unsere Hügel-Mentale zu gewinnen. Vor rund 50 Jahren, also 1973, gründeten sie diese Band. Sie sind unverkennbar in ihrem Erscheinungsbild oder in ihrem Sound. Wohl jeden von uns in die Orgümer, Sierra Matre oder der Zillertaler Hauptsitzmarsch einbegriffen. Zum Abschlusskonzert in ihrer Heimatgemeinde kamen über 100.000 Besucher nach Windpferd. Aber nur mit der einen Einschränkung haben sie das gemacht, dass sie heute nach 15 Jahren hier in Sankt Margareten auf der Bühne stehen dürfen. Und wir begrüßen die Schützenjäger mit Sierra Matre. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen, schauen die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schau hinauf, wo der weiße Kondor so einsam sieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Das Schatten künftgerint你看 und die Sonne überhaupt nicht auch an den Eineid der Würzüse und die Zillertaler Hauptschlussch. Die Sonne mit Der 함rägent und die Sonntay sind aus dem Bühne z. Sierra, Sierra Madre Wenn die Arbeit getan, der Abendfrieden beginnt Schaut Menschen hinauf, wo die Sierra im Abendrot brennt Und sie denken daran, wie schnell ein Glück oft vergeht Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet Sierra, Sierra Madre del Sur 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 Sierra, Sierra Madre del Sur